Gerade dort noch mit in das Topfeld der Finalistinnen. Und bitte vergessen Sie nicht, liebe Zuschauer, es gibt sehr große Unterschiede in den einzelnen Entwicklungen der Turnnationen. Schöne Perspektive, hier sieht man mal die komplizierte Situation, rückwärts abzuspringen, einen Flickflack zu machen mit einer Vierteldrehung und dem Handstand auf diesem 10 cm breiten Ding zu stehen. Das ist schon faszinierend.